Und Willkommen zu Rassusik's Creed, oh das ist äh, ich bin euer Gast, ich bin Fjörbar, es bin lecker Wodka Wodka, nein Spaß. Was geht Leute, was geht? Sieht sehr merkwürdig aus. Ist mir gerade aufgefallen dieser Effekt, wollte ich mal mit angucken. Gut, äh, puh, wo sind wir denn? Wir sind hier und da ist ein böser Mann hinter uns her. Okay, wir haben hier noch ein paar Sachen zu erledigen, wie ich das sehe, gut. Dann hätten wir das Gebiet überhaupt fertig, ne? Denn mir ist so eine ganz blöde Idee jetzt gegen Ende gekommen, dass ich jetzt einfach die Story einfach mal weitermachen wollte eigentlich, aber... Das ist eigentlich, ja, eigentlich könnte ich das jetzt auch durchziehen, ne, mit dem, äh... Lass ich machen, weil wir haben jetzt ja wirklich nur noch zwei Kontinente, äh, beziehungsweise zwei Gebiete, deswegen... Deswegen wäre es eigentlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich nicht, äh, wenn ich jetzt nicht aufhören würde, wenn ich jetzt nicht weitermachen würde. Ah, sogar mein Bild. Äh... Sooo, äh, Quest... Hab ich die, wäre ich nicht die Quest überhaupt gemacht? Ich glaub nicht, oder? Hm, auf jeden Fall ist die schon wieder weg. Hm. Gut. Aufgelaufen, sag ich mal. Aber egal, äh, ja, ich wollte eigentlich so. Dann lasst uns eben die Orekal-Kost hier, sag mal, dann machen wir hier... ...Dinger. Fertig. Und dann... ...nach zwei Gebiete. Ah, Schlacht. So, wir sollen da runter. Ach, da vorne ist er. Fleißig schon zum Suchen, wie es scheint. Boah, ich höre mir jetzt mein Pferd und dann geht's ab. Du weißt leider nicht, du weißt leider nicht sehr schnell ist. Wie schade finde. Ja, eigentlich war das immer meine erste Idee gewesen. Yo, ich mach's solange... Yo, alles klar. Chill. Äh, ich mach's solange... Warum sind hier so viele Wildschweine? Holy shit. Äh, ich will so lange machen, bis ich den Eber habe. Das letzte legendäre Tier. Aber... Ach, weißt du was? Was ist denn hier los, ey? Das sieht irgendwie anders aus hier, ne? Weiß nicht das nur, oder? Jetzt weißt du was, komm. Die Bäume sind sehr auffällig da. Hm. Ist da irgendwas besonderes? Find ich, aber die Bäume sind halt auffällig, ne? Hm. Was ist denn los hier? Hier wird es plötzlich so voll aktiv und alles. Es gab kein Update, by the way. Da brauchen wir uns gar Knopfen machen. Das letzte DLC ist durch. Jetzt wird nichts mehr geupdatet. So, dann hätten wir hier vorne... Dann machen wir die, die und dann gehen wir so. Okay. Wo ist denn der Haupt... Äh... Ja, das Hauptkopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Jetzt wüsste ich genau, wo der Typ ist. Ach, hier. Der war das, naja. Okay. Okay. Hier haben wir noch. Behindere die Truhe. Okay. Behindere die Truhe. Behindere die Truhe. 94. Yeah. 74. Oh. Ist der vor uns? Hm. Ne. Ganz weit hinter uns. Der nächste wäre die... Blutköche, ne? Ich wollte kaum sagen, es ist überhaupt ein Vibe. Dann haben wir die alle noch vor uns hier. Puh. Wer kennt alle? Der sieht interessant aus. Also der ist mal was anderes. Die haben wir schon so gesehen, die haben wir schon so gesehen, haben wir schon so gesehen. Und der sieht... Das ist ein Halbkotter, alles klar. Das hier braucht gar nichts anderes. Keine Rüstung. Den kennen wir noch nicht, hä? Also wir kannten alle. Okay. Also auch ein dicker Mann. Na gut. So, dann... Wir geben uns mal hier hin. Eins. Weil ich hab mich gerade einfach im Video gesehen gehabt mit Gamefails und dann hab ich wieder gesehen... Oh, er hat mich sogar getroffen, lol. Hab ich wieder gesehen gehabt, äh... Sein einfach so 50.000 Adrenalinbalken hat, gefühlt. Natürlich, weil der... Weil der mich da jetzt jagt, der blöde... Der sind jetzt alle hinter mir, oder? Hast? Du bist schuld, du blödes Hildschwein. Ja, du bist schuld. Hä, was? Lebt's? Verbrenne. Ja. Äh... Ja, verbrenne endlich mal. Mach ich mal in Ruhe. Was denn los mit dir? Komm da her. Nicht im Wasser kämpfen, das ist unfair. Badshot. Zack. So. Oh, wie mir jetzt alles aufgedeckt ist hier plötzlich. Ja, ja. Ich helfe ja. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Hab ich doch gern gemacht. Noch nicht gern Schatz hier für mich. Schauen wir nicht. Boah, wie gemein. Ist ja jetzt gemein, ey. So, dann gehen wir da hin. Juba shit. Äh. Gut, da fliegt der Bär. Oh, der Bär ist auch im Leben. Jetzt nicht mehr. Und tot. Oder nicht. Jetzt. So. Ja, Fertsch, ich bin hier. Lauf dir nicht von mir weg. Das ist ja irgendein schöner Ort hier eigentlich gerade, muss ich gestehen. Also mir gefällt die Gegend hier so gut. Oh. Und plötzlich ist man in so einem Lager drin. So, da haben wir ein... Das ist ein größeres Lager. Okay, ich verstehe. So, da ist irgendwas. Okay. Okay. Keine Gegner sind es hier, oder was? Oh, jetzt gehst du da. Die hier ist vollkommen frei. Na gut. Das sagen. Meins. 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 Hi, Kollege. Was geht? Wahrscheinlich ist da auch noch was, ne? Hier. Auf der Seite ist auch noch was. Okay. Noch größer als erwartet, oder wie? Unten ist auch noch was. Ach, hier ist doch nix. Okay. Hier war anscheinend mal irgendwie in der Tribüne. Oh. Jetzt bin ich das richtig. Okay. Jetzt wurde mir anders geplant. Aua. Rätsch immer noch. Rätsch. hmm zack übertrieben lange killmoves kann man glatt meinen das ist ja was persönliches ist aber komisch manchmal irgendwie werden alle animiert manchmal nicht habe ich zu stört im rätsel gelöst cool mh da gibt es hier noch was für mich zu holen zack alles meins ich helfe dir doch ich helfe wenn ich die jetzt umlege kriege ich mord angerechnet bämm hm kacke ne wird man befreit dann wird man einfach umgelegt wäre doch lieber wohl gefangen geblieben wie sieht es mit fein aus bei mir paar könnten wir auch gebrauchen gut hm der kassandra ich glaube es ist einfach da unten stecken oh lol so der spiel ich habe das spiel jetzt hunderterisch mehrere hundert stunden gespielt ich glaube ich weiß was ich hier zu wie das was funktioniert glaube ich oder zack 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 hallohal soll zerbrennen aua eh mal Lacke aber mal Arsch gempart пойst du jetzt was schön dass du nichts mitbekommen hast Kollege Oh, der Britz steckt immer alles in Flammen hier. Erstmal alles in Flammen stecken hier. Ja, komm her. Ich werde nicht ewig auf dich warten müssen. Zack. So. Gut. So, dann haben wir hier noch die Kalkas und da noch die Kalkas. Und dann natürlich noch das riesen Ding hier vorne. So. Ich möchte überlegen, vielleicht machst du auch wirklich, ich historiere jetzt weiter, zu den letzten Gebieten so... Obwohl, jetzt wurdest du wieder leichter, ne? Schwere, die schwere Kacke ist eigentlich irgendwie hinter uns schon wieder. Meine nächste Schwere wird ja wirklich die Hauptstory sein. Weil dann wirklich so... ...zu hohe Levelige kommen werden. Was könnte passieren? Wir sind ja noch erst Level 74, ne? Das heißt, wir haben noch gut 26 Level vor uns. Oder 25, je nachdem, ob es bei 100 oder bei 99 ändert. Ich denke, wir sollten bei 99 ändern. Weil die 100 nicht reinpasst. Oder es kacke aussieht. Aber er weiß, er tut es ja trotzdem auf 100. So, Rekalkas. So, hier noch einen. Und dann haben wir ja hier unsere große Burg. Wie angekündigt. Ich glaube, der wäre näher gewesen, ne? Egal. Ach, die Musik ist manchmal echt schön. Aber wirklich viel mit Assassin's Creed. Außer Spielmechanik hat das Spiel echt nichts zu tun, ne? Zumindest storytechnisch. Muss man einfach mal sagen. Bis jetzt. Außer, dass wir dieselbe Rolle in der Mühleife haben wie, äh... Wie bei Origins. Was ja die Gründung der Bruderschaft darstellen sollte. Bäm, 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 bäm. So. Und dann haben wir noch das Feuerchen. Da sind noch Leute. Ach ja. Ach, noch mehr Leute. Nice. Was? Noch irgendwas. Hä? Was können wir sagen? Ach, hier ist ein Geheimergang. Okay. Ein Geheimergang. Ja, okay. So. Hier in dem Bereich sind es weniger Leute. Ist gar keiner. Na, okay. Sind alle eigentlich hauptsächlich... ...da oben. So. Irgendwo da oben soll jetzt ein Geheimgang sein? Ja. Na, schauen wir da mal. Ne, Cassandra. Gleckt da mal schön. Oh, was für ein Geheimgang. Hä? Hä? Das ist der B-notste Geheimgang, den ich je gesehen habe. Ich helfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ach, dann... ...klettern mal, dann brauchen wir vielleicht nicht kämpfen. Schon mal daran gedacht? Oh. Den Schatz sind mir gemackiert worden, scheinbar. Ich bin schon ziemlich hoch. Ohne gesehen zu werden. Oha. Ups. Das ist ja Antena hier, ne? Heißt, da kriege ich ja vielleicht meine Mission erledigt. Ich muss ja hier diese komischen Stempel noch besorgen, ne? Oder Siege halt. Und wir müssen es einfach nur stempeln, aber gut. Mal hier wirklich schnell hinkriegen, so einfach mal eben. So. Müssen Feuer machen. Ist aber niemandem aufgefallen. Schade eigentlich. So, dann gehen wir uns mal zur Richtung Feuer, würde ich sagen. Dass wir ein bisschen sabotieren können, vielleicht. Warte, so dass hier gar keiner guckt. Obwohl, doch der guckt da. Ich hab schon geguckt, der sieht mich nicht. Aber nicht. So. Alle wurde gelegt. Oh. Können wir uns mitbekommen. Können wir uns mitbekommen. Sehr schön. Das wäre ja doof gewesen, weil jetzt die ganze Festung wieder gegen mich. So. Nein, ich wollte eigentlich da runter. Das hättest du jetzt so schön machen können, Cassandra, und das verkackt. Ich bin enttäuscht von dir. Komm ich denn irgendwann irgendwie zu dir hier, oder? Oh, doch, doch. Oh, hier siehst du mich wahrscheinlich. Hm, ich bin von oben. Hä? Er hört was? Oh, das ist gut. Er ist richtig hart. Hallo, lockt euch nochmal. Oh, den kann ich nicht blocken, aber... Ich kann den erledigen. Müssen wir schon aus dem Stempel kriegen. Jawoll, es geht. Und wir haben hier die Staatskasse. Die müssen, glaubst du, auch noch pländern, oder? Das sind so angreifbar. Sehr schön. Wir werden hier ebenfalls auch nochmal was machen. Ja, alles meins. Hallo, hallo, danke. Das ist jetzt, wie es mit dem da aussieht. Der Messie da oben. Soll ich jetzt einfach dem Messer reinwer... reinwerfen... reinwerfen... mit dem da... Oh, ich stehe auf dem Tisch. Dann müsste ich dich auf dem Schlauch. Ho, 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 ho. So. Jetzt läuft der eigentlich ganz gut, ne? So, zuletzt noch jemanden. So. Der ist ja noch am suchen. Weil er wahrscheinlich seinen Chef tot gefunden hat, aber... kann es erstmal egal sein. Guck mal, du her. Wieso kann ich den jetzt nicht... Warum kann ich den jetzt nicht angreifen? Direkt. Hm. Oh, unser Kopfgeld so an Schutter gegangen. Warum? Welche Leute töten? Ich weiß nicht. The fuck, was immer das auch war, Cassandra. Das war... dämlich. So. Das war knapp. Oh, hey. Habe ich den Schatz nicht geholt? Und da habe ich da einen Schatz nicht geholt. So. Eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass der Letzte sich mit der Falle umlegt, ne? Ja, ja, Cassandra. Cassandra, hallo? Was ist los? Bist du am Buggen? So. Habe ich da gerade einen Schatz hier vergessen? Fünf Stück gibt's, hey. Oh, hier sind sie dann schon noch mehr. Was ich einfach mal gerade übersehen habe. Achso, das war da ein Gebäude. Okay, da war ich ja noch nicht gewesen. Aber habe ich wirklich alle Typen jetzt hier... ...mackiert bekommen, oder wie? Das wundert mich ja fast schon eigentlich. Bin ich gar nicht ehrlich, ich bin, ne? Was so erfolgreich war. Ähm, meine goldene Rüstung hilft mir auch nicht. Obwohl es wahrscheinlich je missing. Könnte ich dich von hier oben angreifen? Ja, kommt zu mir. So. Das blöde Dinge schützt ihn einfach. Hallo. So. Meins, 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 meins. Alles ist hier meins. Und das hier auch. So. Wie ich da's vielleicht hin? Stirb. Ne, leider nicht. Schade. Hunde ineinander stecken. Das sieht merkwürdig aus. Aua, mein Arschloch hat gebrannt. Ach, der ist jetzt wohl. Schön, dass die wissen, wo ich bin. Aber kein anderer. So, so, so. Dann gehen wir doch mal weiter. Dann gehen wir doch mal weiter. Wutieren ja echt viel auch, ne? Easy. Man, Jungs, ihr kriegt ja gar nichts mit. Einen ganzen Befehl selber sterben. Oh, wei. Heute habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du jetzt schon kommst. Wenn ich ehrlich bin. Ups. Ja, war ich ein bisschen mehr aufmerksam und jetzt ist mein Kopfgeld plötzlich weg. Warum auch immer. Athena töten bringt mein Kopfgeld weg. Weil ich Spartaner bin, oder was? Oh, das ist irgendwie merkwürdig. Weil die Athen ja auch Kopfgeld auf mich aussetzen. Oder habe ich das Kopfgeld bekommen, weil ich Spartaner getötet habe? Und wenn ich Athenertöte, macht es das wieder gut? Ist das so gemeint? Es wirkt irgendwie rassistisch. Was für diese Zeit ja auch vollkommen normal war. Oh, wir haben fertig. Komm her. Zack. Zack hier. Komm ran hier. Meine Freunde. Zack. Nochmal hier. Ein gemacht, ey. Okay. Ich finde es cool, dass er mich jetzt hier nicht durchgesehen hat. Um er auf deine Leute wegzuschmeißen. Was soll das denn? Ist ja asozial. Bin ich jetzt wirklich einfach hier runter? Er hat ja einfach hier runtergeschmissen. Oh, der liegt da einfach. Ziemlich asozial. So, wollen wir nur noch eine Schlacht machen. Wir können das gewinnen und hier können wir... Oh, dann machen wir die doch. Dann gehört das hier alles. Bata. Ich stelle mal, die Schlacht wird ja nicht so lange dauern. Von daher können wir das ja mal machen. Wie sieht es eigentlich mit einer Quest aus? Ich baue noch einen Stempel, ne? Ich brauche noch einen Stempel, äh, Dings, wir müssen es noch kaputt machen. Ja, ich brauche noch einen Stempel, okay. Und noch diesen blöden Eber. Da muss ich noch die Ruhe plündern. Super schnell gemacht. Jetzt sollst du den Baum hochgehen, Cassandra, weil das ja dieser super tolle Geheimweg ist, den ich nicht verstanden habe. Was ist das für ein Geheimweg? Mit mich zu Ziegen. Ich verstehe alle, diesen geheimweg, ne? So. Ich bin ein Pferd, oder nicht? Oh, ja, nicht. Tschüss Pferd. Das ist Pferd jetzt smart und kommt mir nach. Na, gerade nicht. Ja, jetzt kommt es wieder. Aber es ist... Too late. Ja, too late, Pferd. Ist einfach too late. Zack. Hoppala. Kann ich nicht alle umbringen, ne? By the way. Die mächtige Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Du kommst gerade recht. Nun können wir die Grenzen der Athena angreifen. Wenn du dich uns anschließen willst, versteht sich. Na, los. Let's go. Gut. Wir können dein Schwert gebrauchen. Geil. Sie können mich gebrauchen. Für uns. Für uns. Na, gut. Uah Uah So Damn Überseite du Athena Sau du Zack 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 Er schlägt aber zu So So Kann ich mich jetzt den Zack 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 Jetzt kommt der Zack 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 So Zuck Vorwärts Männer So Unten Oh, das sind auch simple Leute, okay Aua Man ist ja nett So Bam, 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 bam So Ja, hier sehe ich 83.000 Erfahrungspunkte, oh je Ein bisschen Stein, Geld, ein bisschen Wir haben den Typen geklirrt, einen Rest Soldaten, sieben überhaupt mehr, oh, das komme ich bis jetzt in unsere beste Leistung, oder? Kann das sein? Boom Wir haben echt dick ausgeteilt hier Holy shit So, wir holen uns noch den Rest hier Ein bisschen Leichenfledder, ne? Schau mal, ja War echt eine coole Schlacht eigentlich, diesmal Aber ich war echt kurz vorm Abknüppeln, habt ihr gesehen, ne? Mein Leben war schon auf Null, ey Puh Also, echt, wir haben unsere eigentlichen Schwierigkeitsgrad erschaffen, so jetzt irgendwie gefühlt damit Muss man einfach mal sagen Aber ist okay Muss ich sagen Ich finde es so gut eigentlich, dass wir mal Herausforderungen haben Das ist nicht immer ganz so langweilig Oh, was kommt denn hier? Vielleicht irgendwas Tolles? Ach ja, hier waren wir doch schon Hier waren wir doch schon Bin ich ja runter, vom Berg runter und hab da Rekalquist, glaub ich, gesammelt, ne? Oh, ne? Ja, immer Rekalquist gesammelt Gut, dann soll's das gewesen sein Wir haben Wieder hier Sparta Hier ist ein bisschen Athena, okay Hier könnten wir nochmal Gucken wegen letzten Stempel, theoretisch Und wir sollten so einmal gucken, mal wegen Aufgaben, ne? Wenn wir noch immer unsere Aufgaben zu erledigen Schauen wir doch mal Wöchentliche, tägliche Rekalquist-Aufgaben Deswegen Aber das machen wir mal in der nächsten Folge Sehen wir uns da wieder Haut rein Ciao, ciao Some days I can't get out of my head That's just the dark side of me Some nights it's hard for me to fall to see That's just the dark side of me If you ever, ever call my name You will find out that we're both the same When the lights go out I need to know Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark I am not afraid, I am not afraid Sick of the oppression and all the hate Money and the power of social rain A lot of pride now, not enough loyalty Had to change my life for the better things Had to boss up and overcome adversity I put my brother in position I know someday see the vision I'm just living by tradition And I die for my respect And I die for my protect You might die for disrespect And I'm not afraid Last time I checked I ain't never been scared of nobody I wanna know when it get real Who gon' be out on the front line in the field Who gon' be there for the good times in the back I'm already knowin' ain't nobody got my back Some days I close my eyes and fade away That's just the dark side of me Some nights all the colors turn to grey Just like the dark side of me I'm not afraid of the dark I went way beyond anyone's expectations Got your right return, no, just in case we racin' I was already in the third year by the time they was hatin' Who gon' be in the field for me when I make it? Started off in the trenches How I'ma ever go poppin' Already on the moon Already with the goons Already on strong I'm already on Easter I'm already as a teacher Watch for the drum like Jesus They tryin' to glow me Thinkin' I don't see em They take some pivotal shots Thinkin' we don't hear em I'm windin' the candles That I'm gon' kill em I've got a human heart I've got a human heart Are you afraid of the dark? The dark The dark The dark The dark I've got a human heart I've got a human heart Are you afraid of the dark? The dark The dark The dark The dark Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020